Jungs, ich habe so ein Galgen gefunden, so ein Seil, und da stand benutzen. Mit einem Seil? Ja, wo man hoch kann mit der Leiter. Kann es sein, dass du die Glocke des Kirchturms gefunden hast? Ja, aber das sieht aus... Ja, stimmt. Aber warum ist das so... Ich habe ihm Schelle gegeben. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, du hast ihn getötet, Juli. Ja, das war gut, Juli. So, ihr geilen Gamer, da sind wir wieder zurück. Wir spielen heute mal wieder, wie so oft, Hunt Showdown. Und was ist das Besondere daran? Es gibt ein neues Questsystem. Es gibt noch ein paar andere kleine, die auch erneut wurden. Aber vor allem wichtig, es gibt jetzt ein Questsystem. Das gab es davon nicht. Da gehen wir einfach auf Fortschritt und dann auf Beschwörungen. Und hier seht ihr jetzt einen Haufen Quests, die wir alle machen können. Und innerhalb von einer Woche können wir bis zu 30 Sternen verdienen dafür. Das ist eine neue Währung sozusagen. Und wenn wir die 30 Sterne bekommen, hier seht ihr es, füllt sich dann auf der Balken. Dann bekommen wir tolle Belohnung fürs Spiel. Das ist jetzt nicht irgendwie, damit wir stärker werden im Spiel. Aber das ist so eine nette, lustige, spaßige Sache, die man noch so nebenbei machen kann in Hunt Showdown. Das war der Schuss auf dich. Ja, ja, ja. Von Nordost. Ja, 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 ja. Und einer, nee, ist er umgefallen? Hast du gehört, ob der gestorben ist? Er hat nicht geschrien. Aber der eine AP. Da unten ist einer. Bei dir unten. Ich hab' ihn. Er hat auch glaube ich gerade auf mich gezielt. Julie, jetzt muss er helfen. Ich bin hier drüben. Ich hab ihn. Sehr gut. du siehst sie noch hinter dem baum versteckt ich habe ihm schelle gegeben ich glaube er ist tot glaube du hast ihn getötet ich wollte das besondere hervorheben wie sicher ist ich habe gehört aber ich hatte doch messer draußen da du hast auf ein pistol grand gehauen hätte sich fast selbst erschossen drei stück alle da alle norden ja ja und welcher distanz in dem compound oder die kommen sehr nah Ich weiß nicht, ob ich oben aus dem Fenster gucken kann oder ob einer noch weit weg ist. Garnate oben am Fenster, Vorsicht, wenn ihr unter dem Fenster steht. Garnate. Gib mir einen Mark. Hier. Einer down. Ja, sehr schön. Down. Alle tot. Ne, noch einer. Er hat ihn wieder überholt. Down, down, down. Warte, er hat nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Er explodiert noch ein Fass. Moment, ich hab mal Hitmarker bekommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Garnate. Tschuldige, du musst checken, bitte mit E. Gibt da noch einer? Garnate. 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 Ich kann es sein, dass du die Glocke des Kirchturms gefunden hast. Ja, aber das sieht aus. Mach mal, Juli. Benutz doch mal. Hörst du das? Nee. Da, ne Falle. Was war das? Ne Falle. Juli? Juli war es. Hast du die gemacht, Anu? Ja. Scheint ja zu funktionieren. Ja. Ja, warum ist sie denn hinter mir? Oh, Juli rennt in die nächste. Juli, das ist an der Tür, wo die Gegner nicht rein sollen. Ich... Mann, ich will zur Heilung einfach nur. Die liegt hier, Juli. Hier ist das... Nein, ich habe die jetzt selber zugemacht. Aber da ist noch mehr. Wir haben noch Heilung hier. Danke. Ich stehe am Penzer, laufe einen Schritt zurück. Zack. Was? Einmal. Einmal war kein Fuß drin. Kippie, hör auf. Was ist falsch mit dir? Das geht auf Wiederschichte. Oh, da sind keine mehr. Juli, komm rein. Wir sind raus hier. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mann, ich kann nicht mehr so husten. Ich kann nicht mehr. Mann. Oh, ey, Gippi. Gippi, so ein Schwein. Der erste Schaden, den du heute gemacht hast, Juli. Was soll das? Habe ich nicht vorhin einen gekillt? da war ich nicht dabei ja hier ist eine hive direkt neben mir in der hütte schritt aber ich kann nicht erkennen wo matsch oder holz holz matsch ach so ja hinter dem haus und ist da auch gott da kommt nach ich gehe mit dem revolver treff ich auf distanz gar nix oben auf dem dach daloo der pusht dich ich treff ihn nicht der post ich habe keine rede ich muss reden mal kurz rechts wer prüft rechts warte da ist noch der schwarzmantel im haus bei julie er wollte dasselbe machen weil er nur einen schuss hatte der shotgun versuchen halt mit bounty durch wand zu schießen ich weiß nicht ob der drin ist jajaja warte mal ich kann ihn sehen wenn er kommt dann war der nicht drin dann war der das ist ja diese zwischenebene ich habe ihn gesehen hier oben in dem kleinen fenster da hat er gerade durchgeschossen auf mich an dem kleinen fenster da ist er hier draußen ich habe nur kacke war ich habe eine schelle gegeben ich hatte angst einer ist oben hier da du wo oben zwischenebene oben jaja da die ecke ist deine nate nein die könnte drinnen sein ist drin guck zwischenebene einer down hier ist einer ich kann ihm nochmal schelle geben wo ist hier unten oh julie hat sich selber geflasht sehr gut taktisch ja aber ihn auch haben wir hier nicht fackeln oder so ich habe eine fackel er ist noch im fenster julie links im fenster er hat der und ich reden schon die ganze zeit was redet ihr denn so scheiße die kommen wieder runter oh wow wow ah ok wir können jetzt nicht mehr hoch da hat einen an molo hingeworfen irgendwer die haben von omona geworfen um ihn zu covern super smart das war voll gut jetzt können wir den auch da er steht voll auf nem fenster er hat nen hit wo steht jetzt down nice endlich war es das nein der andere ist auch noch hier ok ich geh da da hin komm hier auf der strafe ja komm hier helfen bitte ist nur einer ja bin dran hat hit los down down let's go da steht lange Hand ja aber die hat ja auch 3 Schuss oder nicht beeile dich tu die 10 Sekunden um hier rein zu kommen ok dann ist es keine Werte 8 7 komm rein jetzt komm direkt rein boah knappe geschichte macht er da naja wir hätten nichts verloren du hättest nur verloren ja ok wir haben beide bounties dabei und wir haben ja du hättest keine bounty gezählt bekommen glaube ich ja ja ich war dabei ich war dabei ich habe 4 kills ja ja aber du hast 2 mal ja genau das eine team nur das andere und julie war auch dabei nein ich habe gespottet und ich war bei 7 8 8 9